Es war vor vielen, vielen Jahren, als in der großen Stadt Ruhm der mächtige Kaiser auf den Fuß herrschte. Der hatte ganz viele Soldaten. Die marschierten mit den Waffen durch alle Länder. Das klang dann so. Applaus Aber manche Menschen vergessen das und denken, sie wären die Mächtige. So schaut Gott damals vom Himmel herab. Und was sieht er da? Und was hört er da? Die Soldaten des Kaisers Augustus. Die Soldaten tranken alles nieder. Sie kämpfen mit anderen Soldaten. Viele Menschen müssen vor ihnen bewegen. Viele Menschen sterben im Krieg.